Hallo ihr Süßen, ich habe gerade Post bekommen. Meine Liebesbüchse ist angekommen und ich bin so gespannt auf das Buch. Und würde sagen, dann schauen wir doch mal zusammen wieder rein, oder? Mein Plattierverhumzeichen. Oh, das ist aber schön. Oh, das ist aber schön. Also es gab wie immer noch was dazu. Ein Briefpapierset. Oh, schön. Wollt ihr das mal aufmachen? Ganz vorsichtig. Oh, wie hübsch. Schaut mal, wie hübsch. Briefe schreibt ja kaum noch jemand. Deswegen finde ich dieses Set wirklich hübsch. Das macht, finde ich, richtig Lust auf Briefe schreiben. Also das ist schon mal wirklich eine tolle Idee. Das ist jetzt unsere Hauptperson. Das Buch. How to love a villain. Und natürlich mit Farbschnitt. Und zuerst zeige ich euch erst mal den Rücken. Und den Klappentext. Dafür zoome ich jetzt wieder mal. Klingt doch interessant, oder? Klingt doch richtig interessant. Und jetzt kommen wir zur Hauptperson. Dem Farbschnitt. Mega, oder? Oh, der ist so schön. Der ist doch absolut. Also der, glaube ich, gehört zu meinen Top Ten der schönsten Farbschnitte. Wow. Also ich bin total hin und weg. Ich finde, der ist so schön geworden. Und weil ich immer vergesse, reinzugucken, gucke ich jetzt gleich mal. Zick die hat. Niki, zick die hat. Ich gucke, ob da noch irgendwo Karte oder so. Ne, ich glaube nicht, oder? Schnell durchlaufen. Nein, sieht nicht so aus. Ha, dann habe ich euch diesmal nichts vorenthalten. Ha. Ja, das passiert mir sonst ja ganz oft, deswegen freue ich mich über den kleinen Erfolg. So, das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss.